Im nächsten Video soll es gehen um das Verhältnis von Prädikatenlogik und Aussagenlogik. Diese beiden Logiken sind ja nicht ganz unzusammenhängend. Wir haben gesehen, viele von den syntaktischen Features, die wir aus der Aussagenlogik kannten, gibt es in der Prädikatenlogik auch wieder. Und es ergeben sich auch viele andere Ähnlichkeiten und Beziehungen und Dinge, die Sie einfach übernehmen können von dem, was Sie schon über Aussagenlogik wissen. Wenn Sie mit Prädikatenlogik arbeiten. Außerdem will ich noch die Logoleien auflösen, die ich vor ein paar Videos Ihnen präsentiert habe. Gut, also willkommen zurück. Mein Name ist Markus Krötzsch. Das ist Theoretische Informatik und Logik von der TU Dresden. Gut, wie sieht es also aus? Aussagenlogik, Prädikatenlogik, wie verhalten die sich zueinander? Die Semantik der Operatoren, Negation, Konjunktion, Disjunktion, Implikation und die Äquivalenz als Syntaxoperator ist ja genau gleich definiert gewesen in Prädikatenlogik wie Aussagenlogik. Diese Buhl'schen Operatoren, wie man auch sagt, sind also genau dieselben. Der einzige Unterschied war, dass wir Wertzuweisungen W, wie wir sie genannt haben in der Aussagenlogik, ersetzen durch Interpretationen mit Zuweisungen in der Prädikatenlogik, weil wir die Atome anders interpretieren müssen. Die Atome in der Aussagenlogik waren Propositionen, die Atome in der Prädikatenlogik waren prädikatenlogische Atome, die also komplizierter zu interpretieren sind. Aber am Ende, beide ergeben Wahrheitswerte, wenn man sie interpretiert hat und dann kann man die mit Buhl'schen Operatoren verknüpfen. Das bedeutet insbesondere, dass alle Aussagenlogischen Gesetze, alle Gesetze über die Buhl'schen Operatoren natürlich analog gelten in beiden Logiken. Das heißt, die kann man einfach übernehmen und ein Beispiel dafür, ein populäres wären zum Beispiel die demorganischen Regeln, die genauso auch in der Prädikatenlogik gelten. Zum Beispiel kann ich sagen, eine Interpretation mit Zuweisung Z erfüllt nicht F und G, genau dann, wenn diese Interpretation mit Z zusammen nicht F oder nicht G erfüllt. Mit anderen Worten, diese beiden Formeln sind semantisch äquivalent in der Prädikatenlogik mit offenen Formeln. Ich habe hier ein Z mit reingenommen, das heißt, ich erlaube es, dass Variablen, die nicht unter Quantoren stehen, hier auftauchen. Aber auch für diese Art von Modell gilt ja unsere Modelltheorie. Sie erinnern sich an das, was ich im letzten Video erzählt habe. Okay, also das heißt, wir können hier Äquivalenz feststellen und das ist auch etwas, was ich sicherlich erwarten hätte. Und das gilt jetzt bei vielen dieser logischen Äquivalenzen genauso, wie Sie es schon kennen. Insbesondere gibt es eine starke Ähnlichkeit, die wir schon aus der Aussagenlogik kennen, zwischen der semantischen Erfüllungsrelation und dem Implikationssymbol und der semantischen Äquivalenz und dem Äquivalenzpfeil auf der syntaktischen Ebene. Zunächst einmal das sogenannte Deduktionstheorem. Das regelt die Beziehungen zwischen Implikation und Erfüllungsrelation. Für jede Formelmenge f und Formeln g und h gilt, dass aus f die Formel g impliziert h genau dann folgt, wenn aus f vereinigt g h folgt. Und das ist das sogenannte Deduktionstheorem. Eine Prämisse, die syntaktisch in der Formel vorkommt, kann man auch als semantische Prämisse vor dieses Zeichen setzen und wird dann die entsprechende Konsequenz finden. Ein besonderes Korollar davon. Formelmengen werden ja immer konjunktiv interpretiert. Also das heißt, wenn ich sage, aus dieser Formelmenge folgt irgendetwas, dann meine ich damit, wenn alle Formeln in dieser Formelmenge wahr sind, dann muss auch diese wahr sein. Also ich verunde diese Formeln. Also wenn die erste gilt und die zweite und die dritte und so weiter. Es absehbar viele sind, was man in der Regel erwartet. Ja, also es ist wie ein großes und. Und das kann ich natürlich insbesondere auch in dem Fall anwenden, wenn ich nur zwei Formeln habe. Oder wenn f selbst nur eine einzige Formel ist hier, dann kann ich sagen, f und g impliziert h genau dann, wenn f g impliziert h impliziert. Ja, als logische Konsequenz hat. Ja, es ist schon schwierig, verschiedene Aussprachen für diese verschiedenen Dinge zu finden. Im Englischen würde man sagen, implies und entails, was schon beides kompakte und unterschiedliche Begriffe sind. Im deutschen Fall ist es immer ein bisschen schwieriger, das korrekt oder anschaulich zu beschreiben. Ja, aber Sie sehen, was ich meine. Das ist natürlich hier das, was man als Schönfingern oder Currying bezeichnet. Diese Umwandlung. Ja, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Und noch ein Korollor. f ist semantisch äquivalent zu g genau dann, wenn f syntaktisch äquivalent zu g eine Tautologie ist. Auch das kann man leicht sehen. Man kann Tautologie in dieser Situation hier, in der man keine Prämisse mehr hat, die erhält man auch aus so einer Situation heraus, wenn f eine leere Menge ist. Also wenn Sie sich vorstellen, f wäre eine leere Menge, dann würde f impliziert g genau dann gelten, wenn aus g f folgt. Ich habe jetzt h hier mit f gesprochen, aber Sie wissen, was ich meine. Ich beziehe mich auf diesen Fall. Und wenn Sie das in beide Richtungen machen, dann sehen Sie, dass Sie genau dieses Koronar kriegen. Okay, das heißt also, wir sehen, diese Relationen und die syntaktischen Operatoren haben sehr viel miteinander zu tun. Aber trotzdem sollten wir nicht übersehen, dass diese semantischen Operatoren hier nicht dasselbe sind wie die syntaktischen. Es gibt verschiedene Unterschiede. Der erste ist natürlich, dass sich die semantischen Relationen auf Mengen beziehen können und auch möglicherweise auf unendliche Mengen beziehen können, wohingegen Formeln immer endliche Objekte sind. Andererseits kann man die syntaktischen Operatoren in Formeln verwenden. und dort auch eventuell geschachtelt verwenden. Also ich kann Klammern setzen und dann wieder ein Implikationszeichen außen irgendwo anbringen. Das geht mit diesen hier nicht. Also die semantischen Operatoren sind immer auf äußerster Ebene. Es gibt immer nur einen, die sind nicht Teil von der syntaktischen Struktur. Die haben nicht geschachtelt, während die hier dagegen nur endliche Dinge miteinander verbinden und keine Mengen in Beziehung setzen können. Also man hat schon verschiedene Anwendungsgebiete, aber für den besonderen Fall, dass man etwas betrachtet, was bei beiden funktioniert, nicht geschachtelt und endlich sieht man die Beziehungen und die Ähnlichkeit. Okay. Gut. Das sollte uns hoffentlich nicht verwirren, sondern erleuchten, aber vielleicht muss man nochmal ein bisschen Ruhe darüber nachdenken, und dass man nicht verwirrt ist. Okay. Ein anderes gängiges Ergebnis der Logik, das ich hier auch nochmal nennen möchte, gilt auch in der Prädikatenlogik, das sogenannte Ersetzungstheorem. Intuitiv ist das völlig einleuchtend. Wenn man etwas, einen Teil einer Formel ersetzt mit etwas Äquivalentem, dann bleibt die Formel semantisch unverändert. Also äquivalente Dinge mit äquivalenten Dingen ersetzen, ändert nichts an der Bedeutung. Das kann man so aufschreiben. Wir haben eine Formel F und mit einer Teilformel G. Natürlich Teilformeln, das waren Teilstrings, die Formeln sind. Und wenn jetzt also diese Teilformel G semantisch äquivalent ist zu irgendeiner anderen Formel G'. Und wenn F' aus F gebildet werden kann, indem man ein beliebiges Vorkommen von G, es könnte ja mehrere geben, aber wenn man ein beliebiges Vorkommen von G in F durch G' ersetzt, dann gilt auch F äquivalent zu F'. Also wenn man etwas Äquivalentes oder eine Formel mit etwas Äquivalentem ersetzt, dann bleibt auch die Gesamtformel, in der es verwendet wurde, äquivalent. Der detaillierte Beweis lässt sich genauso durchführen wie in der Aussagenlogik. Man muss allerdings hier Induktion betrachten, wenn man es im Detail macht. Also das heißt, man zeigt das von kleineren zu größeren Formeln hin, Schritt für Schritt, und zeigt, dass diese Eigenschaften sich über alle Operatoren, die es gibt, bewahren. Und insbesondere muss man da auch die Quantoren mit betrachten, was wir in der Aussagenlogik noch nicht mussten. Und Sie sehen natürlich, wenn man von kleineren zu größeren Formeln irgendwas beweist, dann muss man auch sich um Formeln kümmern, die offen sind, also die nicht abgeschlossen sind, die unquantifizierte Variablen, freie Variablen enthalten dürfen. Das kommt natürlich hier schon ins Spiel, wenn ich G und G' habe. Das könnte natürlich offene Formeln sein, ja, auch wenn F geschlossen ist, wenn sie irgendwo da drin vorkommen. Okay, das Ersetzungstheorem, eine völlig intuitive Aussage, die man kaum eines zweiten Blickes würdigen würde, wenn man sie nicht hier extra auf einer Folie hätte. Okay, gut. Es gibt noch eine Reihe anderer Dinge, die kennen Sie auch alle, da passe ich nicht hin, die kennen Sie auch alle schon. Die verschiedenen Aussagenlogischen Äquivalenzen und und oder sind kommutativ und assoziativ. Sie sind auch distributiv. Das kennen Sie beides schon von der Addition und der Multiplikation in der Arithmetik natürlich. Die Distributivität, wie immer, hat die interessante Eigenschaft, dass sie in beide Richtungen funktioniert. Also wir wissen, in der Arithmetik kann man das nur in eine Richtung machen, mit einem Operator innen und einem außen, aber nicht in einer anderen Vertauschung. F und F ergibt wieder F. F oder F ergibt wieder F. Das nennt man Idempotenz. Etwas schon vorhandenes hinzu zu unten ändert nichts an der Gesamtbedeutung. Absorption gibt es auch. F und F oder G ist dasselbe wie F und F oder F und G ist ebenfalls dasselbe wie F. Wir hatten noch ein paar mehr. Doppelte Negationen lösen sich auf. Die demorganischen Gesetze hatte ich schon erwähnt. Und dann gibt es noch einige Gesetze mit Top und Bottom, die syntaktische Darstellung von wahr und falsch, sie erinnern sich. Man könnte das auch, wenn sie das nicht in der Logik explizit als Syntax erlauben wollen, dann könnte man auch sowas schreiben wie P oder Nicht-P an der Stelle von Top und irgendein Widerspruch wie P und Nicht-P an der Stelle von Bottom. Das würde dann jeweils alles gelten. Bei Top gilt, dass Top ein neutrales Element der Konjunktion ist, aber ein auslöschendes Element der Disjunktion. Und umgekehrt verhält es sich mit Bottom. Das ist ein auslöschendes Element der Konjunktion, ein neutrales Element der Disjunktion. Und die beiden sind genau dual zueinander negiert. Und ergibt das eine das andere. Okay. Das sind alles Sachen, die Sie schon kennen. Und in dieser Darstellung hatte ich jetzt schon von P oder Nicht-P gesprochen. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, darf ich das überhaupt so schreiben? Ist das okay? Ein bisschen was habe ich dazu ja schon gesagt. Aber in der Prädikatenlogik haben wir doch eigentlich andere Atome. Das ist ja P eigentlich kein Atom. Ich hatte aber gesagt, man darf die Klammern weglassen, wenn man ein prädikatenlogisches Atom hat für ein nullstelliges Prädikat, P, dann schreiben wir das einfach so als P. Und was ich jetzt behaupte, ist, dass im Prinzip das das Gleiche ist wie ein aussagenlogisches Atom als eine Proposition, wenn Sie so ein nullstelliges Prädikat im Atom verwenden. Wieso ist das so? Wieso sind nullstellige Prädikate eine gute Darstellung für Propositionen? Das kann man sich leicht überlegen, wenn man die Definitionen sich anschaut. Wir betrachten mal so ein nullstelliges Prädikat P und fragen uns, welche Interpretationen P hoch I sind möglich. Wie könnte man P interpretieren? Und jetzt wissen wir, Prädikatenlogik, da geht es um Relationen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Relation finden, die wir zur Interpretation verwenden. Es kann also nicht einfach wahr oder falsch sein. Das ist nicht möglich. Aber es gibt tatsächlich nicht sehr viele Möglichkeiten, eine nullstellige Relation zu interpretieren. Jetzt würden Sie vielleicht erst mal intuitiv sagen, ja, eine nullstellige Relation, das gibt es gar nicht. Was soll denn das sein? Eine Relation zwischen nichts und nichts steht zueinander in Beziehung oder wie. Aber nein, so ist es nicht. Es gibt tatsächlich nullstellige Relationen. Relationen, laut Definition ist die Interpretation immer eine Teilmenge der Domäne hoch Null. Das ist also die Menge aller Null-Tupel. Ja, die Menge aller Paare, das kann man sich vorstellen. Was soll denn jetzt die Menge aller Null-Tupel sein? Naja, nullstellige Tupel gibt es nicht sehr viele. Genau genommen nur ein einziges, nämlich das Tupel, was nichts enthält. Also wir können nicht noch ein zweites Tupel bilden, was sich irgendwie unterscheidet, denn es ist ja nichts drin. Das Einzige, was das Tupel sein kann, ist ein Tupel. Es hat keine weiteren Merkmale. Das heißt, es gibt nur dieses Einzige. p hoch i, also die Interpretation dieses Prädikats, ist aber nun eine Teilmenge der Menge aller nullstelligen Tupel. Das heißt, es gibt schon noch mehrere Möglichkeiten. Ich kann also, wenn ich diese Aussage hier übersetzt betrachte, die Situation antreffen, dass die Relation p das Null-Stellige Tupel enthält. In diesem Fall erfüllt i dieses Atom p ohne Argumente. Das würden wir als wahr interpretieren, weil offenbar wird es erfüllt. Ja, wahr wird erfüllt. Es könnte aber auch sein, dass diese Relation p u i als leere Menge interpretiert wird. Das heißt, nichts enthält. In diesem Fall würde i p nicht erfüllen. Und dann sagen wir, die Aussage ist falsch. Und deshalb ist es also so, dass man nullstellige Prädikate wie aussagenlogische Atome verwenden kann, denn sie haben nur zwei mögliche Interpretationen. Und die entsprechen genau der Idee wahr und falsch. Und in diesem Sinne ist also tatsächlich die Aussagenlogik Teil der Prädikatenlogik, auch wenn es dort keine Propositionen in diesem Sinne gibt. Aber ja, ein Atom ohne Argumente ist eben nur ein Wahrheitswert, wenn man so will. Und wir sehen aber auch, wie das relational zusammenhängt und funktioniert. Okay, right. Das war es schon. Das ist alles, was ich Ihnen erzählen wollte zum Thema Aussagenlogik und Prädikatenlogik. Aber ich will Ihnen noch die Lugelei auflösen. Und zwar hatten wir diese verschiedenen Aussagen über Rauchen der Inselbewohner gesehen. Und wir können uns jetzt überlegen, was hier jeweils gilt. Wenn Sie sich das noch in Ruhe überlegen wollen, dann können Sie das Video hier auch aufhören und erst mal stoppen und später noch mal dahin zurückkommen. Insel A. Hier antwortete also jeder Bewohner, jeder, der hier von Typ W ist, raucht. Ja, okay. Also ganz klar. Könnte es sein, dass ein wahrheitssagender Mensch das gesagt hat? Könnte es sein, dass ein Lügner das gesagt hat? Wenn es ein Lügner gesagt hätte, ist eigentlich die interessantere Situation. Die Formel, die hier ausgedrückt wird, ist ja eine Implikation. Typ W impliziert raucht. Oder anders, W von X impliziert raucht von X soll gelten für alle X. Wenn jetzt also ein Lügner das sagt, dann ist diese Implikation gelogen. Das heißt, sie muss falsch sein. Aber wann wird denn eine Implikation falsch? Naja, eine Implikation wird falsch nur in einer Situation, nämlich wenn Ihre Prämisse wahr ist und Ihre Konklusion trotzdem nicht stimmt. Kann man sich auch leichtsprachlich hier überlegen. Diese blaue Aussage ist gelogen genau dann, wenn es jemanden vom Typ B gibt, der nicht raucht. Insbesondere muss dazu aber es jemandem vom Typ W geben. Wenn also die Aussage falsch ist, dann gibt es einen Wahrheitssager. Denn wenn es keine Wahrheitssager gäbe auf der Insel, dann wäre die Aussage automatisch wahr. Implikationen sind wahr, wenn Ihre Prämisse immer falsch ist. Okay, also das heißt, wenn es einen Lügner gibt, der diese Sache sagen könnte und dabei lügt, dann müsste es auch einen Wahrheitssager geben. Und der hätte ja das Gleiche gesagt. Das heißt, die Aussage muss auch gleichzeitig wahr sein. Und das würde sich widersprechen. Mit anderen Worten, es gibt keine Lügner. Alle sind Wahrheitssager und damit ist die Aussage auch richtig. Die Aussage stimmt und alle sind vom Typ W. Insel B, einige von uns hier sind von Typ L und Rauchen. Das ist ein bisschen dual zur ersten, nicht wahr? Einige von uns hier sind von Typ L und Rauchen. Könnte das eine Lüge sein? Könnte das wahr sein? Wenn es wahr wäre und jeder der Bewohner das sagt, dann muss es, wenn die Aussage wahr ist und alle sie sagen, dann sind alles Wahrheitssager. Das heißt, es kann nicht sein, dass einige von Typ L sind. Das heißt, es müssen tatsächlich Lügner sein. Und da alle das Gleiche gesagt haben, sind alle Lügner. Das heißt, keiner raucht. Also, alle sind vom Typ L und keiner raucht. Das ist ganz interessant vielleicht, wenn man sich hier verwirren lässt. Einige von uns hier sind von Typ L. Wenn man das lügend sagt, heißt das nicht, dass keiner von Typ L ist, sondern es geht ja hier um eine Konjunktion. Wir sagen, einige sind von Typ L und Rauchen. Und diese Konjunktion ist die Lüge, nicht das Typ L für sich genommen. Die Aussage, einige von uns sind von Typ L und einige von uns rauchen, das wäre eine andere Form und hätte andere Konsequenzen. Okay, Insel C hatten alle den gleichen Typ und jeder sagte, falls ich rauche, dann raucht jeder hier. Falls ich rauche, dann raucht jeder hier. Auch das wieder eine Implikation. Kann das eine Lüge sein? Kann das wahr sein? Falls ich rauche, dann raucht jeder hier. Wenn es eine Lüge sein sollte, könnten wir uns wieder überlegen, dann müsste die Prämisse stimmen, aber die Konklusion nicht. Das heißt also, derjenige, der es sagt, raucht, aber es raucht nicht jeder. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das gelogen sein kann. Und wir sehen schon, wenn das der Fall ist, dann müssen alle rauchen. Und, Moment, falls ich rauche, dann raucht jeder hier. Sie haben die Auflösung schon gesehen. Also alle sagen die Wahrheit, das rauchen alle oder keiner. Wir wissen also nicht, ob hier jemand raucht oder nicht, aber es sagen alle die Wahrheit. Warum wissen wir, dass alle die Wahrheit sagen? Dafür müssen wir eben, wie gesagt, den Fall betrachten, dass jemand lügt. Und das würde dann heißen, wenn ich rauche, dann raucht jeder. Und damit würde folgen, dass man selbst zwar raucht, aber nicht jeder raucht. Das heißt, es gibt jemanden, der nicht raucht und für den wäre es unmöglich, diese Aussage so zu treffen. Wenn er ebenfalls vom Typ L ist, dann würde das der Wahrheit entsprechen, wenn derjenige, der nicht raucht, sagt, falls ich rauche, dann raucht jeder hier. Denn falls ich rauche, wäre er in diesem Fall falsch. Und deshalb wäre das eine wahre Implikation. Und das wäre es die Wahrheit, was ein Widerspruch darstellen würde, weil wir ja sagen, alle sind vom gleichen Typ. Okay, also müssen alle Wahrheitssager sein. Okay, und letzter Fall, Insel D, hatten alle den gleichen Typ und jeder sagt, einige hier rauchen, aber ich nicht. Und das können Sie sich jetzt nach dem gleichen Schema wieder überlegen. Was bedeutet es, wenn das wahr ist? Was bedeutet es, wenn es falsch ist? Naja, ist klar, wenn es wahr wäre, dann würden alle das sagen und alle sind vom Typ B und damit raucht keiner. Nicht wahr? Denn wenn ich sage, ich rauche nicht und das sagt jeder, dann raucht am Ende keiner. Und das heißt, einige hier rauchen, wäre nicht richtig. Das heißt, es kann nicht sein, dass es Wahrheitssager sind. Es ist also nur möglich, dass alles Lügner sind. Und was wissen wir dann über das Rauchen? nicht viel, ja. Wir wissen, dass diese Aussage gelogen ist. Also entweder ist es falsch, dass einige hier rauchen oder es ist falsch, oder es ist falsch, dass ich nicht rauche. Wenn es falsch ist, dass einige hier rauchen, dann raucht keiner in Wahrheit. Wenn es falsch ist, dass ich nicht rauche und das aber stimmt, dass einige rauchen, dann müssen am Ende alle rauchen, denn das ist die einzige Möglichkeit, noch zu lügen, wenn der erste Fall wahr ist. Das heißt also, wir kommen wieder zu der Situation, es rauchen alle oder keiner. Wir wissen aber nicht, welche dieser beiden Fälle hier eintritt. Okay. Gut. Das war es mit der Logelei und das war es auch mit diesem Video. Im nächsten Teil dieser Vorlesungsreihe wollen wir uns dann mal anschauen, wie man denn eigentlich jetzt auch in Richtung algorithmisches, logisches Schließen kommt. Wie kann man jetzt Formeln so bearbeiten, dass man aus denen wirklich irgendwas ableiten kann, ohne dass man jedes Mal sich gelbe Punkte malen muss, wie in der Modelltheorie Vorlesung gezeigt, beziehungsweise unendlich viele Interpretationen betrachten muss, was natürlich die allgemeine Definition erst mal von uns verlangen wird. Da muss es irgendwie Wege geben, da wollen wir hin. Und das führt uns letztlich in Richtung Resolution in der Prädikatenlogik. Das gibt es dann später. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank.